Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Outlaws of the Old West. Ich brauche Glas. So, mein Glas. Mein Glas. Super. So, wir haben Glas dabei, wir haben ein paar Brettchen. Und jetzt stehen wir das fertig. Ja, da stellt er sich aber einfacher vor. Ja, tut er. So einfach wird es nicht. Das weiß er. So, dann haben wir hier. Ja, aber die anderen Lampen hole ich mir auch noch, weil wenn, dann will ich es gleich richtig erleuchten. Gleich richtig schön soll es sein. So, wo sind die Lampen, die Lampen, die Lampen? Habe ich sicher noch da drin. Oh ja, meine Lampen. So, super. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Es sieht gleich viel freundlicher aus, wenn das so erleuchtet ist, oder? Ja, schon. Oder, 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 oder. Da, da, da machen wir doch die Plattform. Da, ja. So, so. Fun. Holz. Fun. Moment. Super. So, dann haben wir hier noch einmal eine Kerze. Hier werden wir da anbringen. Da nicht, da nicht, da nicht. So, und wenn wir da rauf gehen, kommen wir in den oberen Stock. Hier brauchen wir eine Tür. Tür, Tür, Tür. Ja, wobei die andere vielleicht schöner ist. Schauen wir mal. Ja, was macht er denn? Was macht er denn? Was mit so einer Tür? Und was mit so einer Tür? Und letztlich, was ist mit so einer Tür? Ja, sehr gut. So, und schon haben wir drei Zimmer oben. Oh. So, das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Dach. Ein tolles Tag. Tag. So, wie kommen wir da oben an? Ein Tag. Wie viele haben wir denn mit Bretter und Holz? Okay, Holzbretter ist schon ganz gut. Nehmen wir dieses Tag hier. Das ist jenes mit den schönen Schindeln. Erscheines Dach. Erscheint. Erscheines Dach. So, oder. Oder. Nehmen wir jenes Dach. Wo ist denn das jetzt? Das da. Das da. Na. Ja, das ist schöner, oder? Passt auch besser zur Kirche. Zur Kirche. So, gut. Dann gehen wir rauf und versuchen wir uns mal an der Dachkonstruktion. Die ist ja auch nicht immer so leicht. So, ich spring mal aufs Gelände. Da. Da, 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 da. Ja, schön. So sieht es dann aus. Der obere Stock. Super. Aber wir brauchen jetzt vor allem mal Ende. So, und so. So, dann gehen wir da oben drauf. Boah, jetzt ruckelt es wieder. Ich will das nicht, dass es ruckelt. Es soll nicht ruckeln. Sag ihm das. Da, 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 da. So. So, und. Nö, 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 nö. So, dann haben wir hier. Nö, falsches. Nein, das ist das da. Genau, genau. jetzt passt es nämlich. So, da gehört es nämlich her. So soll es aussehen. So, da kann nämlich auch das da her. So, und machen wir es oben flach zu? Einfach so? Ich denke schon, ja. Nein, wir machen da keinen Spitz, sonst wird das Gebäude noch höher als die Köarche. Und es soll nicht höher als die Köarche sein. So, das ist das hier. Und da könnte man nur so ein High-Poles. Das wäre witzig. Das wäre aber wirklich witzig. Hm. Das könnte aber schon was. So, dann machen wir es auch zu. Das wäre witzig. Witzig, das kriegt den Witzigstempel. Das machen wir einfach. Oh. So, und hier? Haben wir das da? Moment, Moment, Moment. Nein. Kannst du da bitte? Weil, ah. So. Ja, meine patente Höhenangst lässt mich halt auch nicht in Frieden. Genau. Super. Also, da wäre es nicht witzig. Da machen wir einfach zu. Mit dem hier. So, und da kommt wieder Dach. Nicht mit dem da. Genau. So, da wird es auch einfach so zugemacht. Super ist das. Oh, wie schön. Ja, super. So, jetzt müssen die Wände noch. Da habe ich aber eine Idee. Das ist ja unser Doppelzimmer hier. Oh ja. Warum das da so durchscheinen muss, ich weiß es nicht. Egal. So, wir machen da mal eine Decke rein. Eine Flache, eine Flache, Flache, Flache. Habe ich keine Decke? Eine Flache Decke. Retterdecke. Ja, toll. Egal. Das machen wir dann. Aber... Oder? Es ist aber witzig. Das machen wir. Das machen wir. Das wird lustig. So. Genau. Und hier. Das ist super. Ich bin total begeistert. So, und dazu und... Aber da sollte man reingehen, oder? Das sollte man von innen machen, damit wir wissen, wo der Träger liegt. Wo liegt der Träger? So, dann machen wir das auch von innen. Also, wir haben... Ich lege mal hier den Hammer aus der Hand. Was? So. Wir haben hier ein schönes Zimmerchen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was ist das für ein Zimmer? Ja, ist ganz schön. So, das kann das Atelier sein. Ja, das hat was von Scheune. Ja, wir sind auch im wilden Westen. Ist halt so... So. Wow. Wow. Da muss ich gleich flüchten. Was ist denn das für einer? Wieso kommen da immer mehr? Moment. Ah, ist mit der Schrotflinte. So. Wo ist er hin? Ja, ja, komm. Wir machen es uns aus. Ach so. So, wo ist er? Ich möchte nicht von ihm überrascht werden. Aber er wird mich überraschen. Und schon ist passiert. Er hat mich überrascht. Das Haus ist noch nicht eröffnet. Danke. So, ich glaube, ich muss man dann wirklich irgendwann auch einmal den Sheriff und Sachen Ding hinbauen. So, ich war gerade dabei, das Haus zu erklären. So. Da, da, da. Da, da, da. Also, wir haben... Nö, das machen wir noch zu. Wir haben hier ein Einzelzimmer. Da kommt noch ein Bett und so. Ist doch kuschelig, oder? Ja. Ist kuschelig. Mit schönem Ausblick. Schön. Also, mir gefällt es. So. Dann haben wir zum Einzelzimmer. Da hinten das Atelier. Da wurden wir gestört. So. Also, wunderschön. Zeit zum Entspannen, zum Zurückziehen. Das hat was von Scheune. Ja. Ist halt rustikaler Stil. Oder? Ist doch schön. So, das machen wir weg. Und dann haben wir hier das Doppelzimmer. Das werden wir dann noch umändern oder umbenennen. Weiter haben wir hier oben einen kleinen Raum zum Schlafen. Da kommt nämlich das Bett her. Ja. Ist das cool. Oder? Oder, oder, oder? So. Und die Treppe nehme ich jetzt weg. Oh. Gott sei Dank hat es funktioniert. So. Und da kommt die Treppe hin. Das ist doch schöner, oder? Moment. Ich schaue noch kurz mal zur anderen Treppe. Ja, ich weiß. wir müssen noch, wir müssen noch das Dach fertig machen. Bevor es regnet. Wäre sinnvoll. So. Und zwar könnte ich auch diese Treppe dort einbauen. Die da. Die sind der Kategorie Ziegel. Aber das passt jetzt nicht so. Nö, nö, nö. Da, 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 da. Da, 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 da da, 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 da. So. Hier kommt die Treppe. Oooh. Der Blick auf die Öl-Raffinerie. So. Treppe. So. Damit da oben keiner aus Sicherheitsgründen ist das. So, und hier wegen der Lüftung. Nö, ich will das hier haben. Genau. Hehehe. Ach, wie cool. Ach, wie cool. So, gefällt mir richtig gut. So, Decke, Decke, Decke. Hier. Und hier. Super, oder? Nein, genau verkehrt. Egal. Egal. Verdammt. Naja, wird sich in der nächsten Folge ergeben. So, super. Fenster brauchen wir dann noch. Jetzt klingeln wir mal den Hammer wieder weg. Was ist denn da hinten? Hm, ein Pferd, ein Pferd. Da nehme ich gleich die Flinte raus. Äh, keine Flinte, sondern da. Ein Pferd, ein Pferd. So, wo, 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 wo? Pferd. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, genau vorbei. Super. Super. So. So, der Dicke wartet schon auf dich. So. Super. So, und da hinten läuft einer. Den hole ich mir jetzt gleich. Ich habe ein Pferd gezähmt. Ich habe ein Pferd gezähmt. So, nein, nicht mit der, sondern mit der Schrot. So, und da hinten ist einer gelaufen. Ich habe ihn genau gesehen. Da ist er ja. Bist du ein Böser? Nö, du steckst nur in meinem Pferd fest. Alles mit dir? Ah, so, was können wir denn kaufen? Kaffeebohnen. Ja, kann ich da abkaufen. Salz kaufe ich dir nicht ab, Milch heute? Nö, nö. Eine Kaffeebohnen, die kaufe ich da ab. Ah, da kaufe ich auch, kaufe ich auch, kaufe ich auch. Geben wir Kaffeebohnen. So, jetzt ist aber genug. Aus, aus. So, nein, gehst du weg. So, da habe ich zwar richtig gesehen, dass einer da war, aber das war ja gar kein Böser. So, nö, die weglegen. So, jetzt verkaufen wir Ei. Ja, läuft aber auch schnell. Was ist denn das für eins? Egal, wir verkaufen es. So, die Schweinchen machen mich zwar noch immer nervös. Oh ja, klar, das war ein Mustang. So, bleib mal. Und, ähm, so, ich verkaufe dich. So, Mann mit schlechter Rückenhaltung. Ja, klar, das kannst du haben. Das Pferd kannst du haben. Es soll dir gehören. Sieht doch gut aus, oder? Jetzt hier. Die Räume. Die Dinger. Ich denke schon. Ich denke, es ist okay so. Okay so. Hehe. So, äh, ich hole mir Holz und Glas. Glas habe ich irgendwo, glaube ich. Ja, Glas habe ich ein wenig. So, das lege ich weg, was ich jetzt gerade bei einem Typen gekauft habe. Viel zu viel. Das brauche ich alles nicht. Oh, der Mann knurrt wieder. So, was haben wir denn da alles? Das? Ja, das ist egal. Ähm. Hier, hier und hier. Hm. So, ähm, Kästchen, Einrichtung machen wir später. Das ist ähnlich wie in der Kühearche. Das hätte ich eigentlich noch sollen. Egal. So, wir machen da mal zu. Ist doch cool, oder? Hey, wie das da drüber hängt, wie das aussieht. Ich finde es gut. Da, 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 da. So. Ja, das, muss man das machen, oder geht's eh so? Wir werden das noch herausfinden. So, das kommt auf jeden Fall hier her. Und da kommt auch eine her. Nö. Ja, genau. Und die kommt da her. Warum habe ich, warum ich, ich, ich. So, besser. So, das kann zu. Ah, hier einen wunderschönen Raum. Also Gang mit zwei Zimmern. Da kann keiner rein, weil, äh, sind die Gitter davor. Und trotzdem kommt frische Luft rein. Es ist der Hammer. Nämlich der Hammer. So, Fenster. Machen wir die Argenfenster. Ach, was soll's. Wir machen die Argenfenster so. So. Da, 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 da. So. Da kommt auch noch. Ja, ich weiß, einige sind jetzt so, einige sind so. Aber im Prinzip, ja, man weiß, was wir meinen. Nö. So, da möchte ich noch gerne ein Licht auch reintun. Ja, genau. Und dann schieße ich es runter. So, das Licht, aber wo tue ich es hin? Da haben wir eine. Die ist nicht genau mittig. Ja. Also wenn wir die da hergeben. Super ist das. Die könnte man runtergeben, die, die nicht so mittig ist. Aber vorerst einmal muss es uns reichen. Das ist alles okay. So. Alles in allem. Oberer Stock super. Oberer Einrichtung, wie gesagt, kommt später. Dä, 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 dä. Können wir damit leben? Ja, ist schon. So. Also, wir haben hier so eine Vorterrasse. Und auf die Vorterrasse. Dä, 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 dä. Nicht das Lasso. Nehmen den Hammer. Nehmen den Hammer. So. Auf die Vorterrasse kommen dann auch die Stühle. Stühle und Sesseln. Genau. Stühle und Sesseln kommen dorthin. So. Jetzt schauen wir mal, wie das hinten aussieht. Ja, das ist okay. Machen wir einmal einen Rundlauf. Ja, auch okay. So. Ja, machen wir einen Rundlauf. Warum nicht? So. Nein. Ja, toll. Das ist so. Na, werden wir auch machen. Beim Wieder-Einloggen. So. Da, 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 da. Moment. Ich hab doch noch meinen... Ich hab doch noch meine Vorschlaghammer irgendwo hier. Yeah. So. Vorschlaghammer. Wahnsinn, oder? So. Dann nehmen wir ihn hier. Ihn hier. Und jetzt können wir nicht drauf... Na, 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 Wahnsinn. Und jetzt... Na, ach. Egal. So. Ein kleines Vordach. Also ein Dach, das ein wenig weiter vorsieht. Wie zum Beispiel... Hier. Da haben wir es auch. So ein Dach, das weiter vorgeht. Das könnte man hier auch machen. Aber... Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich meine, wir können es machen. Auf der Seite probieren. Also, Moment, Moment, Moment. Das war jenes hier. Nö. Wieso will ich denn das nicht? Ja, wieso will ich es denn nicht? Ja, wieso denn nicht? So, dann gehen wir da mal. Ich weiß, ich hab Hunger. Ich hab übrigens auch Durst. Durast. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ich könnte zu einer Säule herpfampfen, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Du lassst gar nicht springen. Ja, ist okay. Will auch nicht. Also, ja, ich will mich fortbewegen. Aber es muss nicht springen sein. So, dann nehmen wir aber den anderen einmal rein. Machen. Machen den hier. Das hat das Bildzahn. Das will ich gar nicht machen. Nein, da gibt es kein vorhängendes Dach. Nein, das ist dann so. Weil wenn ich etwas sage, dann ist das so. So, Bienenkorb. Hier. Pflanzenfasernbretterstein. Wir holen uns das, weil ich möchte auch hier Bienenkörbe haben. Pflanzenfasernbretterstein. Pflanzenfasernbretterstein. Und immer laufe ich mit einem Hammer rum. Ja, muss wohl auch so sein. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, Pflanzenfasernbretterstein. Haben wir alles dabei. So, jetzt reicht es mir aber mit dem Hunger und dem Du hast. So, das hier. So, einmal essen wir es noch. Habe ich da gerade was gehört? Hat jemand geschossen? Schießt jemand auf der Straße? Dann muss der Sheriff kommen. Ich glaube, die lege ich auch irgendwann einmal weg. Ich bin ein Fan geworden von der Schrotflinte. Danke für den Tipp. Danke für den Hinweis. Okay, alles ruhig auf den Straßen. Dä, 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 dä. So, ich brauche auf jeden Fall die Bienenkörbe. So, und hinten kommt dann auch noch ein, ähm, ähm, na, Brunnen. Den könnte ich aber auch gleich hinbauen. Da brauche ich Seil. Ja. Gut. Das haben wir gleich geholt. Was holen wir noch? Ein Brunnen mit Seil. So. Seil hier. Wir haben, wir haben ja echt genug. Das ist ja nicht so. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So, herstellen. Brunnen. Nehmen wir nämlich den. Oh, Kiste. Oh, die Sachen mit Ofen und so weiter. Ah, ich freue mich schon aufs Einrichten. Ich freue mich schon aufs Einrichten. Aber es wird auch super. Das wird schon super. So, was ist mit der Fackel? Kann man die aufstellen oder ist das so eine Handheld-Fackel? Eine Lichtquelle für die Wand. Ja, jetzt wird es dunkel. So. Inventar. Dann würde ich sagen, der kommt hierher. Okay. So. Wie machen wir das hier? Nein. Ach Gott. Ging natürlich nicht. So. Ja, das geht wieder nicht. Da geht es gar nicht. So, dann lasse ich das da mal. So, und hier wird so eine schöne Terrasse. So eine ähnliche wie drüben. So eine Chill-Terrasse. Stühle, Tisch. Nette Beleuchtung auf den Tischen, sofern die nicht wieder verschwindet, wenn man es gebaut hat. Ah, das wird super. Das wird super. Ja, die Küche. Die Küche. So, jetzt schauen wir es uns nochmal von der anderen Seite an. Ist nämlich auch sehr adaktiv, die Küche. Ist doch ein hübsches Häuschen, oder? Ja, unten gehören noch so Fensterdinge rein. Aber ansonsten. Ein Pferdhaus. Das mittlere Fenster gehört noch gemacht. So, das war es aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich für's dabei sein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.